wir sind am ende meine ich wünsche euch einen wunderschönen tag bleibt gesund bis zum nächsten mal herzlich willkommen bei koch lecker heute machen wir zusammen einen leckeren hähnchen herzensalat erstmal hähnchen anbraten hier habe ich für 100 gramm hähnchen herzen die werde ich dann die habe ich gewaschen die werde ich dann schneiden und sauber machen dann zeige ich euch wie es dann und die zutaten habe ich hier drei verschiedene pfeffer salz und knoblauch und eine strone und schluck wasser nachher und den salat wie üblich ihr könnt den salat vorbereiten so ihr lust habt so dass ich zeige ich euch so liebe freunde dann zeige ich euch wie ich das dann sauber mache hier drin ist es so eine blutgerüste die werden wir dann nachher schneiden erstmal raus die werden wir dann noch mal abwaschen bei manchen ist das nicht ganz durchschneiden sondern so wie ich dass sie euch zeige manche sind sauber manche nicht müssen wir deshalb durchschneiden ich es den ich so ganz machte immer kleine stücke und dann gucke ich dann mache ich das auch 100 gramm werde ich jetzt waschen fertig und so viel dreck ist ausgekommen liebe freunde die lassen wir jetzt absieben ich mache noch ein bisschen strone rein und herd machen wir an dann machen wir unsere pfanne erstmal war dann sehen wir es wieder weiter pfanne ist jetzt heiß und dann trocknen wir das bisschen ab und dann werden wir das jetzt alles ohne fett ein bisschen anbraten so wie es gemacht wird schaut zu hier habe ich für 400 gramm bis das wasser von alleine fertig anbraten und strone da die höchste stufe nicht niedriger machen und dann umdrehen auch bestimmte vitamine sogar eisenvitamine hat das so lange kommt in der panne mit erhöhter hitze anbraten bis das verdammt ganze so so das war ein tisch jetzt umdrehen da ist gar nicht mehr viel dann machen wir ein bisschen butter rein dann machen wir nicht zu viel salz weil es verliert den eigenen krass zu können und tata so jetzt kann man, wenn dann sei das hier schon alles fast angebraten ist wie ihr seht sieht das jetzt lecker aus und stronenaroma ist richtig lecker also wir machen noch mehr als strone rein wenn du noch nicht abonniert hast kannst du mich gleich abonnieren es ist kostenlos und dann kannst du die glocke aktivieren dann verpasst du keine videos mehr von mir eine zwiebel werde ich nur ganz kurz an dünsten in dem das was noch übrig blieb so unser salat gemischte können wir nach euren herzenslust euer salat vorbereiten was ihr da mögt ich packe mal dann hier rein sieht das nicht schön aus? lecker erbse das sind die hälfte nicht alles wir wollen ja nicht nur erbse essen dann habe ich hier Radieschen mit den Scheiben schneiden dann wollte ich ja eigentlich nicht vorführen, vorzeigen aber sieht schön aus mit ein bisschen bunt dann haben wir Zitrone kommt noch mit rein und salz ein bisschen Öl müsst ihr nicht machen aber ihr könnt wenn ihr wollt die Zwiebeln tauschen auch mit rein und salz ein bisschen ein bisschen Öl und 2 Esslöffel Zitler so liebe Freunde mein Salat ist schon fertig jetzt nehmen wir auch darüber dann kommt die Zitrone angerichtet könnt ihr auch anders anrichten also schön dass ihr dabei wart mit meinem Kanal das hat mich sehr gefreut ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten mal euer Eiche Kochlecker unter den Daumen und nicht vergessen und Kommentare sind auch erwünscht ich kann auch Kommentare hinterlassen ob du das kennst schon mal gegessen hast wie es schmeckt das die in b die 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 in die die in die die